Noch ein Schlusswort? Ja, lieber Romeo, danke vielmals für die Blumen, die du mir hier übergeben hast. Aber diese drei Bücher, das ist ein Gemeinschaftswerk, das ist ein Resultat einer Teamarbeit. Mitgeschafft haben hier massgeblich Sirod Almaso und Roland Menzi von der Berufsschule in Zürich. Die haben sehr viel an diesem Werk mitgeschafft und dass man so ein Buch oder diese drei Bücher in dieser Form herausgeben kann, braucht es auch einen Verleger, der sehr viel Verständnis hat für diese Arbeit in der Person von Philipp und Christiane Pauli. Christiane Pauli hat sehr viel an diesem Buch mitgeschafft, was Lektorierungsarbeiten anbelangt. Und auch das ganze Design dieser Bücher ist ihre Handschrift. Und ich denke, wir dürfen da stolz sein, dass wir etwas so Schönes in den Händen haben dürfen. Und ich danke an Philipp und Christiane Pauli auch herzlich dafür. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.